Tag auch und willkommen zur zweiten Folge Final Fantasy 3. Wir befinden uns vor dem Dorf Ur und wollten von hier aus jetzt weiter nach Süden latschen. Also, auf geht's! Da unten sehen wir schon ein neues Dorf, bisschen kleiner. Kasus. Jo, relativ lütsch. Hilfe! Was ist denn mit hier nicht richtig? Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr werdet ebenfalls Geister. Ich bin ein Reisender aus dem Westen und wollte in der hiesigen Herberge einkehren, aber dort spukt es, glaubt mir. Das kann man auch untersuchen. Ein Lagerfeuer. Guck mal, wer hat's gedacht. Das dürfte dann die Heilquelle sein. Obwohl das Symbol da oben, das hatten wir auch in Uhren im Gebäude. Ja genau, Kampf und Fege Gefährten wiederbelebt. Auf der rechten Seite und das hat ja den gleichen Effekt. Okay, das soll ein Geist sein? Einfach nur eine weiße Außenlinie? Der Fluch des Dschins hat alle Dorfbewohner in das hier verwandelt. Gleicher Text. Okay, also einkaufen dürfen wir aktuell nicht. Mhm. Achso, kann man eigentlich von der Karte aus... Ja, dann muss ich nicht erst rauslaufen. Null Schatztruhen und fünf Items. Dann suchen wir mal. Hier ist ein bisschen was los. Kommen wir ja schon wieder durch. Nee. Mit einem Mitrilring hier aus Kasus könnte man den Djinn wieder bannen. Und eben das wollte der verflixte Kerl verhindern, als er unser Dorf verfluchte. Ach, die bewegen sich auch. Das Erdbeben von neulich hat den Djinn geweckt, den man vor langer Zeit in die versiegelte Höhle gesperrte. Seitlich sehen die ulkig aus. Einfach nur so'n Strich. Es ist schon etwas her, da wurde in Kasus ein Mitrilring für Prinzessin Sara aus Schloss Tasuna angefertigt. Wenn man den hätte! Seht euch nur an, wie bleich ich bin. Nicht zum Aushalten. Wofür habe ich mich täglich in der Sonne gebräunt? Hm... Tag auch, ich bin Sid aus Kanaren. Und dahin wollte ich eigentlich wieder zurück, aber ein riesiger Felsen blockiert den Weg durch das Nelftal. Also nahm ich mir vor, in der Herberge abzusteigen, und dann ist das hier passiert. Haha. Was meint ihr, Leute? Ich leihe ich mein Luftschiff und ihr holt mich dafür aus diesem Schlamassel raus. Ist das ein Angebot, oder was? Klingt nicht schlecht. Sid verrät der Gruppe, dass sein Luftschiff im Sand der westlichen Wüste verborgen liegt. Okay. Nichts drin. Und da auch nicht. Oh, nichts auf dem Tisch. Autsch! An der Fackel verbrannt, oder was? Ja, komm, ruhen wir uns mal kurz aus. Gruppe ist ausgeruht. Einmal auf die andere Seite. Auch nichts drin. Ha, guck mal an. Na gut, die Drohnen sind leer. Eine Potion. Das ist die Fackel, oder? Ja. Schade, da kommt man rein. Noch eine Potion. Noch eine Fackel. Kann man das lesen? Nee. Mitrilminen erstes Untergeschoss. Blick auf die Karte. Nicht wirklich groß hier. Drei Skelette. Oh, dann haut mal zu, Leute. Oh, da kommt schon einiges an Schaden rüber. Ich glaube, da sind wir irgendwie falsch. Machen wir den Autokampf mal lieber aus. Ja, was ist jetzt wichtiger? Wieder auf uns oder auf so einen Gegner? Nimm das Ding lieber weg, würde ich sagen. Ja, schlaft mir da wahrscheinlich gar nichts. Scheiße, ich brauche den Autokampf gedrückt. Aber er nimmt ja trotzdem Angriff, dann ist das okay. Lunez noch mit vier Lebenspunkten. Gerade überstanden. Alle aufgestiegen. Nicht schlecht. Und fast alle haben auch die Berufsstufe erhöht. Drei Attribute bei Ingus. Auch drei bei Lunez. Vier bei Refia. Und auch vier bei Ark. Nicht schlecht. Einmal flott geheilt. Gleich umdrehen oder riskieren hier oben noch umzugucken? Wir riskieren es kurz. Schade, ich dachte, das wär was. Und da geht's nicht weiter. Okay, schnell wieder raus hier. Nur zwei, Gott sei Dank. Mach's weg. Ähm, ne, kannst du draufhauen. Es sind ja zumindest nur zwei. Wieso haust du denn daneben, Mann? Alter, der Mönch macht richtig guten Schaden. Nochmaler aufgestiegen. Wieder drei Attribute für Ingus. Nur eins bei Lunez. Hm. W-W-A-2, Ark-2, okay. So, dann haben wir überstanden. Gucken wir uns mal ein bisschen links um. Ich geh davon aus, dass es da irgendwie hingeht. Nicht hier durch. Ah, guck mal an. Ulkig finde ich, dass der Weg richtig angezeigt wird. Ein Stab. Ja, gut. Davon haben wir zwei gekauft. Und selbst mit den beiden Stäben macht unsere Weißmagierin keinen Schaden. Mitrilhelm. Zeuss Zorn. Was soll das sein? Wirkt, Blitzra. Den Helm rissen wir gleich mal aus. Gucke ich gar nicht, ob die anderen das tragen können. Glaub ich nämlich eh nicht. Und bevor es weitergeht, hier sind wir jetzt ja eigentlich fertig. Auf jeden Fall nochmal kurz zum Gasthaus übernachten. Dann suchen wir mal das Luftschiff. Ab in die Wüste. Und da ist es auch schon nicht gerade groß. Hier war kein Pfeil dran, das heißt hier geht es nicht rein. Schade. Na, nochmal Abflug. Ernsthaft? Das Luftschiff kann nicht übers Gebirge fliegen? Das ist traurig. Das hier wird wohl der Felsbrocken sein, den Sid meinte. Das müsste Schloss Sasune sein. Und da oben ist auch noch ein Höhleneingang. Okay, fangen wir mit dem Schloss an. Aha, in der Mitte gibt es einen Bereich und rechts und links die Türme können wir noch betreten. Achso, Moment, Entschuldigung. Drei Zehntruhen und ein Itemsombe finden. Auf geht's. Die Bewohner des Schlosses sind vom Djinn in Geister verwandelt worden, allesamt. Ich hatte Glück und war gerade auf Reisen, deshalb hat der Fluch mich nicht getroffen. Mit einem Ring aus Mithril könnte man den Djinn bezwingen und den Fluch brechen. Doch die einzigen Leute, die einen schmieden könnten, die Bewohner des Dorfes Kasus, hat dasselbe Schicksal getroffen wie uns. Ach, wüsste ich doch nur einen Rat. Ich würde sagen, die Mitte heben wir uns zum Schluss auf. Wir machen erstmal hier die Türme. Ach, nach oben. Zwei Truhen. Heiliger Pfeil. Und ein High Potion. Hier drin kommt es zu kämpfen. Zwei Zombies. Na, haut mal drauf. Vier Treffer, vier Schadenspunkte, trotz zwei Stäben. Die weiße Magierin ist echt der Knaller am Nahkampf. Gut, sie steht jetzt auch hinten. Ich bezweifle, dass es vorne mehr Schaden gemacht hätte oder viel mehr. Was soll's. Noch eine Truhe. Eine Falle. Einen Greif. Wie bitte? Da mach ich den Autokopf mal aus, obwohl er hat sich schon erledigt. Irgendes Beruf gestiegen. Schlechter. Bevor ich's vergesse, erstmal heilen. Und dann... Ist das kein Schwert? Hätte ich jetzt erwartet. Doch, ist ein Schwert. Das Schwert, das heilige Kräfte birgt. Hm. Wieso kann er das nicht ausrüsten? Wahrscheinlich auch kein anderer, ne? Ja, so gut. München hat mich eh gewundert. Nee. Na gut, schade. Können wir hier wieder raus? Ein Schwert, was kein Krieger ausrüsten kann. Interessant. Gucken wir uns hier oben mal um. Hier ist nix. Hier kommt's auch gar nicht zu kämpfen. Nur in den Türmen. Beziehungsweise im Inneren. auch hier zwei Drohnen auf der Ebene. Augentropfen. Und ein Antidot. Hier sind jetzt drei Drohnen an der Spitze. Phönixfeder. Buch kann man nicht lesen. Holzpfeil. Pfeil. Und einen Bogen. Gucken wir uns das mal an. Ihr könnt's ausrüsten. Oh, der macht aber wesentlich weniger Schaden. Aber frage ich mich jetzt, ob die Pfeile noch was bewirken dabei. Joa. Nur ein Pfeil? Ist das unendlich viele Munition? Gute Frage, wa? Nehmen wir mal den Holzpfeil und finden das im nächsten Kampf raus. Und hier können wir uns nochmal ausruhen. Na bitte. Endlich mal wie eine Prinzessin ruhen. Und alle vier hüpfen in das Bett. Nette Animation. Die Gruppe ist ausgeruht. Dann wieder abwärts. Gehen wir mal ins Zentrum. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Verflucht sei dieser Djinn. Gleicher Tag. Sagt ihr alle das gleiche? Ja. Du auch? Jo. Da geht's doch bestimmt irgendwie rechts oder links rüber. Okay. Einmal um Pudding. Eis erhalten. Das würde ja wohl ein Zauber sein, oder? Lederschild brauchen wir nicht. Diese Bücher machen mich fertig. Ich würde die echt gerne lesen. So, Angriffstrauma für dich, Keule. Jo. Tauschen. Was ist denn... Was ist denn tauschen? Zauber getauscht? Ach, guck mal. Das ist ja ulkig. Ich... Ich wollte das eigentlich ganz gerne sortieren. Ich hätte Eis gerne an erster Stelle. Geht das? Ablegen ist wahrscheinlich verleeren, oder? Nein, das wollen wir nicht. Schade. Ich dachte, man könnte das irgendwie... Versteigen zurück. Schade. Na gut. Wo will man die Nischen... Oh, ich dachte, man könnte vielleicht drücken und ein Item finden, aber das ist auch nicht schlecht. Tonfahr. So ein Polizeiprügeln, ne? Bestimmt was für ihn hier. Jo. So. Wieder ein Stück runter. Jetzt sind wir hier. 1000 Öcken. Nochmal. Heilbrunnenkammer? Außer Betrieb, oder was? Hm, okay. Wieder zurück. Hier in der Nische ist nichts. Und weiter hoch. Thronsaal. Im Westturm dieses Schlosses wird das Schwert schlechter aufbewahrt. Eine heilige Klingel, die von Untoten gefürchtet wird. Leider kann sie aber nur von Rotmagiern geführt werden. Okay. Und ich hab noch überlegt, Weiß- oder Rotmagier, na was soll's. In der versiegelten Höhle wimmelt es von Untoten. Ich frage mich schon lange, ob man ihnen mit dem Zauber wieder wohl Schaden zufügen kann. Jo, come on. Ich bin der König von Sasune. Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich jedoch nur noch ein blasser Teil meiner selbst. Der grässliche Djinn hat alle Bewohner des Schlosses in Geister verwandelt. Und nur wenn es uns gelingt, ihn abermals zu bannen, kann sein Fluch gebrochen werden. Wo finden wir diesen Djinn? In einer versiegelten Höhle nördlich dieses Schlosses. Um ihn zu bannen, wird jedoch ein Ring aus Mithril benötigt. Es heißt, Prinzessin Sarah würde einen besitzen. Das tut sie in der Tat. Die Bewohner von Kasus haben ihr vor langer Zeit einen Mithrilring geschenkt. Leider hilft uns das aber herzlich wenig, denn meine Tochter ist schwulos verschwunden. Womöglich hat der Djinn sie gar entführt. Oh weh, ich mag gar nicht daran denken. Wir werden in dieser versiegelten Höhle jeden Stein umdrehen. Oh, das würdet ihr tun, werte Krieger? Dann wisset, dass es einen Geheimgang in der versiegelten Höhle geben soll. Wo genau er liegt, vermag ich nicht zu sagen, doch angeblich weist ein Skelett den Weg. Ich bitte euch innigst, besiegt den Djinn und befreit mein Volk von seinem Fluch. Na dann mal los. Ohne Luftschiff würde ich auch gar nicht hinkommen. Versiedelte Höhle, erstes Untergeschoss. Rechts eine Truhe, unten links eine Truhe. Gut, also erstmal unten links hin. Verfluchte Münzen, vier Stück? Oh, die machen auch nicht gerade wenig Schaden. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn ich erstmal ein bisschen grinde. Ich meine, ich bin das gewöhnt aus solchen Spielen, mache ich auch gerne, Werfe ich mir auf dem zweiten Monitor in der Serie oder sowas an. Alle aufgestiegen. Stufe 6. Vier Attribute, nett. Auch vier, ohne auch vier. Gut, dann gibt's jetzt hier einen kurzen Grind-Cut. Eben noch Stufe 6, jetzt im zweistelligen Bereich. Alle Charaktere haben Stufe 10 erreicht. Und die Berufsstufen von unserem Krieger und Mönch sind 10, von unseren beiden Magiern 9. Dann geht's jetzt weiter. Mumien. Hauen wir mal drauf. Und du machst mal Flächen wieder. Und übrigens, die Pfeile steht zwar Stückzahl 1, aber ist tatsächlich unbegrenzte Munition. Deswegen habe ich unserem Schwarzen Magier auch die heiligen Pfeile jetzt verkoolt. Eine Potion. Rüber zur anderen Truhe. Vita. Sturmauge haben wir hier mit dabei. Hier, klopp das mal weg, dass es nicht untut wird. Dann verteidigst du. Und du machst mal Flächeneis. Zweiten Vita brauchen wir nicht. Aber wer weiß, vielleicht machen wir später noch mal einen Roten Magier. Dann ist der nicht verkehrt. Und mit dem Bogen und dem heiligen Pfeil ist der Schwarze Magier da hinten auch gar nicht mal schlecht, wenn er nicht zaubert. Kann sich sehen lassen. Zweites Untergeschoss. Ziemlich kleiner Bereich hier. 500 Kröten. Und gucken wir mal. Das Maskelett soll ja irgendwie ein Hinweis sein. Hier geht's nicht durch. Achso, okay. Da fällt mir grad was anderes ein. Drei von fünf Truhen haben wir. Zwei gibt's also noch zu finden. Hallöchen. Ich bin Sarah, Prinzessin von Sasune. Eure Hoheit. Was macht ihr hier? Meinem Volke helfen. Denn nur ich bin dazu noch in der Lage. Mein Betrie-Ring hat mich vor dem Fluch des Jins bewahrt. Bis hierher bin ich gekommen. Doch nun versperren mir Monster den Weg. Dieser Ort ist viel zu gefährlich für euch. Ihr solltet unverzüglich auf das Schloss zurückkehren. Nein, ich werde meine Pflicht erfüllen. Und wenn ich es alleine tun muss. Dafür sind wir doch jetzt hier. Wollt ihr es euch nicht noch einmal überlegen? Mein Entschluss steht fest. Und ihr tätet gut daran, mich zu begleiten. Ohne meinen Betrie-Ring wärt ihr dem Jinn sowieso nicht gewachsen. Dann bleibt uns wohl keine Wahl. Prinzessin Sarah hat sich der Gruppe angeschlossen. Ach was. Haben wir jetzt 5 Gruppenmitglieder? Ach, bevor ich das vergesse. Wenn ihr etwas mit mir bereden wollt, drückt einfach die L-Taste. Und jetzt lasst uns aufbrechen. Ne, hier taucht sie nicht auf. Nochmal anquatschen. Ich bin Sarah. Und wer bist du? Mein Name ist Luneth. Sehr erfreut. Na gut, dann weiter runter. Drittes Untergeschoss. Da sind die letzten beiden Truhen. Und unten links sehen wir schon eine Plattform. Das sieht aber nicht schön aus, wie sie hinterher wackelt. Das ist nicht flüssig. Die ruckelt ganz schön. Hast du Leck oder was, Mäuschen? Schatten einfach noch nicht. Blaue Skelette. Da muss ich nochmal einen Flächen wieder nehmen. Der Mönch haut aber auch einen Schaden raus. Antarktis-Wind. Augentropfen. Das dürfte wohl der Djinn sein. Der Djinn. Na bitte. Da kam die Bestätigung. Bleib zurück. Ich werde ihn mit meinem Ring bannen. Der Ring zeigt keine Wirkung. Hahaha. Dieser Ring kann mir nichts mehr anhaben. Die Dunkelheit ist mein Verbündeter. Und sie ist stark geworden über die Jahrhunderte. Der Djinn greift an. Judy, draufkloppen, draufkloppen. Ja, verteidigen. Und einfrieren. Ich glaube das sieht ganz gut aus. Das können wir beschleunigen. Er hat Feuer drauf. Fällig. Jetzt Prinzessin Sarah. Solange der Djinn geschwächt ist. Prinzessin Sarah hält den Mitrilring in die Höhe. Das sah irgendwie artmenschlich aus, der Djinn. Als die Kraft des Rings ihn erfasst, löst sich der Djinn in Rauch auf und wird ein weiteres Mal in die Höhle gebannt. Habt vielen Dank. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft, den Djinn ein weiteres Mal zu bannen. Jetzt bleibt mir nur noch, den Ring in der Heiligen Quelle im Schloss Sasune zu waschen, um auch den Fluch zu brechen. Folgt mir, die Kraft des Rings wird uns in das Schloss führen. Teleportring, nett. Prinzessin Sarah wirft den Mitrilring in die Quelle. Damit sollte der Fluch des Djins gebrochen sein. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Vielen Dank. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen, denn ich werde den Platz an meines Vaters Seite wieder einnehmen müssen. Liebend gern würde ich noch weiter mit euch auf Reisen gehen, aber sicher würde ich euch nur aufhalten. Eure Hoheit. Bitte versprecht, dass ihr mich wieder besuchen kommt, wenn euer Ziel erreicht ist. Ich werde hier auf euch warten, wie lange es auch dauern möge. Wir kommen ganz bestimmt wieder. Sarah hat die Gruppe verlassen. Gut, Quatscher mit dem König. Ihr habt den Djinn gebannt und meine Tochter unversehrt zurückgebracht. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen, tapfere Krieger. Lasst mich euch mit diesem Geschenk entlohnen. Vielleicht ist es euch auf Reisen ja nützlich. Der König vermacht der Gruppe ein faltbares Kanu. Im Westrum des Schlosses wird das Schwert... Achso, das hat es uns schon erzählt. Irgendwo in diesem Schloss soll es einen Geheimgang geben, der in die Schatzkammer führt. Die haben wir schon gefunden. Wir sind euch zu großem Dank verpflichtet. Der auch. Alle dankbar hier. Guckt mal an, hier ist ja richtig Leben in der Bude. Euch gilt unser Dank, tapfere Krieger. Euer Heldenmut war beispiellos. Die Prinzessin vermisst euch sehr. Ihr findet sie in ihren Gemichern ganz oben im Ostturm. Euch gilt unser Dank, jo? Laufen wir doch nicht vor die Flinte. Aha. Ne, da war was anderes, oder? Ne, verließen. Was ist mit hier noch? Mhm. Jo. Das war unnötig. Im Westturm war keiner. Hier oben ist auch keiner drauf. Dann hier nochmal flott hochklaxeln. Prinzessin Sarah redet jeden Tag von euch. Sie muss euch wirklich sehr vermissen. Schon so lange her, ja? Wie gern würde ich noch etwas mit euch reisen, doch mein Platz ist hier an meines Vaters Seite. Ich würde euch sicher nur zur Last fallen. Eure Hoheit. Verspreche ich, dass ihr mich besuchen kommt. Jo, das haben wir schon mal gemacht. Warum? Jetzt dürfen wir immer noch in ihrem Bett pennen? Klar machen wir das. Endlich nochmal wie eine Prinzessin ruhen. Gut, dann können wir das Schloss wieder verlassen. Dann ruhen wir mal das Luftschiff wieder. Werwölfe, guck mal an. Neue Gegnertypen hier auf der Oberwelt. Halten offenbar auch nicht viel mehr aus als die Kopflanz. Zurück nach Kasus. Wie das kleine Dorf jetzt aussieht, nachdem der Fluch aufgehoben wurde, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis neulich. Wir sehen uns schon mal wieder. So war es so schön. Wir sehen uns zuAR, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mal wieder. Bei uns sind gesund.